Paris Saint-Germain und Coach Thomas Tuchel sind weiter sehr daran interessiert, Bayern-Verteidiger Jérôme Boateng in die französische Hauptstadt zu holen. Der 29-jährige DFB-Teamspieler, der mit Deutschland 2014 den Weltmeistertitel holte, wäre auch wechselwillig, die beiden Vereine konnten sich allerdings immer noch nicht finanziell einigen. Die Bayern fordert 30 bis 40 Millionen Euro für Boateng. Der französische Meister ziert sich bislang noch eine derart hohe Summe auf den Tisch zu legen. Textquelle Urheberrecht Laola1.at Sturmtrainer Heiko Vogel kontert Fernbeschimpfungen zum Seitenanfang. Mehr zum Thema kommt unter Strich Count Kommentare Rechtliche Hinweise, die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola1-Redaktion wieder. Laola1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese Straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola1 zu widerlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. Punkt. Weiterspezififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififif